Ich mein, da wir jetzt ja YouTube-Partner sind, ich meine, wir sind halt, klar sind wir jetzt mega reich, ist ja verständlich, klar, auf jeden Fall, ne? Warte, 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 warte. Das müssen wir kurz im Raum stehen lassen. Scheiße. Warte. Willst du was schreiben, oder was? Nee, doch hier. Warte, warte. Wo bist du? Da oben bist du, wie komm ich denn jetzt zu dir hoch? Von außen, ne? Da auch von oben, aber von außen. Oh, stimmt, der kann die Spitze mehr. Ich kann dir noch eine bringen, ich bin eh auf dem Weg jetzt. Das ist nett. So, die. Ich glaube, du wirst verfolgt, mein Freund. Da habe ich kein Problem. Kannst doch einfach selber machen, ne? Warte, 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 bleib mal hier, bleib mal hier. Damit es jeder versteht. Achtung, Achtung. Ironie. So ungefähr. Ja. Ich finde das halt immer nur witzig. Was denn? Ich glaube, ich glaube, das möchte ich mir dann noch drama ansehen in der Aufnahme. Das Ironieschild? Nee, das, das, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat man, hat man das gehört in die Explosion? Das war ja klar, weil, das ist bei mir ja auch explodiert, ich war ja hier oben. So. Oh mein Gott. So, hau mal ein Thema raus. Das war total instinktiv, ey. Ich habe die Wingsblümchen an deinem Bett gebaut, hast du es noch nicht gesehen? Nee, aber das ist der Sende von dir. Ja, das kommt ein Problem mit. Ähm, so. Ja, ähm. Ja. Wir waren ja bei der Tausender-Folge. Nein, wir waren ja bei den Tausender-Abonnenten. Ja. Und da habe ich noch was. Okay. Ich habe ja in meiner Folge, die gekommen ist, die erste von mir alleine, habe ich ja gefragt. Ja, wir haben keine Ahnung, was wir als Tausender-Special machen sollen. Ja, stimmt. Ich habe vorhin eben gerade gelesen, dass wir ein Abonnenten-Treffen machen sollen, ein YouTuber-Treffen machen sollen. Ein Zuschauer-Treffen sozusagen. Ein Zuschauer-Treffen, genau. Ja. Und dann denke ich mir, wer guckt sich denn, wer würde denn da hinkommen? Ja, ich glaube, dafür sind wir wirklich noch nicht groß genug. Ja. Wobei, du kannst ja mal, lass das über die Schilder stehen. Oh. Äh. Aber was hältst du denn generell für ein YouTuber-Treffen? Generell finde ich YouTuber-Treffen eigentlich total geil. Also ich hätte richtig Bock einfach mal mit euch abzuhängen und irgendwie mit euch zu reden und keine Ahnung. Also richtig Lust so eigentlich. Ja, ne? Also ich hätte, ich würde auch richtig gerne mal ein YouTuber-Treffen machen, aber ich denke mal 1000 Abonnenten, von denen 200 Leute regelmäßig Minecraft gucken. Ja. Ähm, und diese 200 Leute sind wahrscheinlich auch noch in ganz Deutschland total verstreut. Und dann auch einen Termin zu finden, wann zeitlich es irgendwie passen würde und so. Richtig. Also das ist halt alles, das ist... Das würde niemals funktionieren. Zumindest jetzt noch nicht. Wenn wir 100.000 Abonnenten hätten, dann würde es funktionieren. 100.000, klar. 100.000 würde es funktionieren. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Aber meins hier sind jetzt die 2000. Ja. Ne? 2000 ist das nächste Ziel. Und ab 2000 gibt es dann auch ein neues Abonnenten-Special. Das sagst du jetzt. Ja. Na gut, aber grundsätzlich finde ich, mittlerweile sind ja diese YouTuber-Fantreffen richtig, richtig krass geworden. Also wenn man sich jetzt Fantreffen von den großen YouTubern anguckt, hier keine Ahnung, in Köln war jetzt letztens wieder eins oder in Hamburg war auch vor ein paar Monaten eins. Und die sind ja richtig eskaliert, kann man förmlich sagen. Stimmt. Weil da einfach tausende von Menschen hingekommen sind und es natürlich nicht organisiert war, weil man einfach nur gesagt hat, kommt einfach mal da und da hin um die und die Uhrzeit. Und dann rennen einfach alle auf dich, auf die Leute dazu und das stelle ich mir richtig krass vor, ey. Also da muss man dann halt schon bei solchen Zahlen irgendwie das Ganze ein bisschen besser organisieren in meinen Augen. Und keine Ahnung, dafür sorgen, dass da jemand gefährdet wird. So an der Laugh-Parade. Ja, das ist natürlich das allerkrasseste Beispiel, aber so weit ist es ja dann doch noch nicht. Bei YouTuber-Treffen, das wäre ja auch richtig übel. So, ich überlege, was ich jetzt hier für den Boden oben reinmache oder hier als Balkon irgendwie nehme. Kann ich dir auch nicht sagen, leider. Auf jeden Fall etwas Steiniges, ne? Oder? Ja, ich denke, ich werde einfach Bricks nehmen. Haben wir denn noch welche? Oh, das ist alles durcheinander hier, ne? Ja, wir müssen demnächst mal ein Lager bauen. Dann ordne ich das alles wieder durch. Ich werde mal ein paar hier in den Ofen schmeißen, ein paar Steine. Ja, davon haben wir ja genug. Und dann werde ich oben mal den Balkon anbringen. Und dann habe ich mir so gedacht, dass man hier so reinkommt. Dann hier so Treppen irgendwie nach rechts hoch gehen. Und dann Treppen so von da nach da oben. Und dann haben wir hier eine Etage. Dann ziehe ich hier noch eine Band irgendwie oder eine Decke rein. Obwohl, hier glaube ich nicht. Hier lasse ich eine hohe Decke. Das ist eigentlich ganz cool. Und oben ziehe ich aber nochmal irgendwie Holzboden rein. Oder eine Holzdecke. Und da oben kommt dann halt nochmal ein Raum rein. Ja, das wird glaube ich ganz cool. Wollen wir mal schauen. Das wird schon irgendwas. Was haben wir sonst noch auf dem Zettel? Hast du noch was? Was hältst du denn? Lass uns doch nochmal über unser neues Let's Play, sag ich mal reden. Krits vs. Barrett. Krits vs. Barrett. Diese Reihe finde ich ja extrem geil. Kam bis jetzt auch ziemlich gut an bei euch. Ihr habt zwar bei Nittalk gar nicht kommentiert. Ich glaube einer. Aber die Likes und die Daumen nach oben waren eigentlich ganz gut. Und die Aufrufzahlen auch. Krits vs. Barrett. Soll ja eigentlich sozusagen eine Serie werden, wo wir gegeneinander kämpfen. In den unterschiedlichsten Spielen. Und das Ganze mit einem Punktesystem irgendwie machen. So von wegen 1-0, 2-0, 3-1, was weiß ich. Das hat richtig viel Sinn gemacht. Und klar, diese Bestrafung lassen wir erstmal weg. Hast du Angst? Na, ich gewinne ja eh. Also eigentlich hatten wir gedacht, von wegen wir spielen gegeneinander und wer zuerst irgendwie 3 oder 5 Punkte hat, da muss der Verlierer halt irgendwie eine Strafe machen. Und die Community entscheidet was. Doch, das machen wir, Alter. Die Community entscheidet was? Ja, ja, also man muss immer unten in den Folgen von Krits vs. Barrett schreiben, was für mögliche Strafen es gäbe. Was ist denn, Krits-Life? Keine Ahnung, Krits-Life ist so ein Kack-Kanal, glaube ich. Okay. Ähm. Und dann müssen wir halt von den Sachen irgendwas aussuchen und das müssen wir dann machen. Aber es darf halt nicht zu krass sein. Also ich werde jetzt nicht nackt durch Berlin rennen und schreien, äh... Ja, irgendwas. Ne, sowas nicht. Aber zum Beispiel irgendwie... Was wäre ein Beispiel? Äh... Keine Ahnung. Irgendwie was widerliches Essen oder irgendwie in die Stadt rennen und irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche peinlichen Sachen machen. Aber es darf halt nicht zu krass sein. Mir fällt jetzt auch irgendwie kein Beispiel ein. Ja, macht ja nichts. Aber unsere Community fällt bestimmt einiges ein. Einiges Boshaftes. Ich meine, derzeit steht es ja gerade schon 2-0. Wollen wir bis 3 machen oder bis 5? Bis 3. Also wenn ich noch einmal gewinne, musst du eine Strafe machen. Ja. Ist das nicht überhaupt... Ist das nicht ein bisschen langweilig, wenn ich nicht immer gewinne? Ist mir egal. Ja, und es werden halt immer unterschiedliche Spiele sein. Jetzt hatten wir ja eher so kleine Spiele. Aber, keine Ahnung, auch mal irgendwie ein Strategiespiel. Oder... Was fällt dir noch so ein? Ähm. Ja, Spiele, die man halt hauptsächlich gegeneinander spielt. So, 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 so. Alla... Ich habe ja eins, was ich dir noch zu Gemüte fühlen will. Habe ich dir, glaube ich, schon erzählt? Äh, nee. Doch, habe ich dir erzählt. Welches war, meinst du? Ach doch, ja, 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 ja. Das möchte ich nicht sagen. Wir hatten doch noch Holz. Holzer. Holzer. Wo haben wir denn da Karotten? Ah, da ist Holz, sehr gut. Ich werde einfach mal die Wand mit normalem Stone machen. Ja, und dann? Und den Balkon und so weiter dann mit Bricks. Okay. Dann grenzt sich das ein bisschen ab, weißt du? Mensch, das hört sich ja voll nach einem Plan an, oder? Ja, ich mache einfach mal. So, da kommen halt auch noch mal ein paar Fenster rein, aber hier so eher dort und dort. Und da oben kommt dann der Balkon rein. So einer größeren Tür hier in der Mitte. Und auch vielleicht auch eine Fensterfront. Und dann bauen wir halt die ganze Scheiße noch weiter in die Richtung und in die Richtung. Was weiß ich. Das wird ein Riesengebäude. Riesenberghütte. Okay. So, und hier will ich auf jeden Fall irgendwie eine Solde haben. Weil ich Berge hier noch so ran ziehen, oder so. Ist eigentlich voll unnötig, dass hier die Treppe so weit runter geht, ne? Ich glaube, die machen wir nur bis hier, oder so. Okay. Wir brauchen erstmal noch mehr Steine. Ja, was sagst du denn noch zu Crids vs. Barrels? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn, zehn. Mach mal. Zehn, zehn ist doof. Neunze ist auch doof. So, Crids vs. Barrels. Was, glaube ich, niemand weiß, habe ich, äh, im allerersten Spiel habe ich es erwähnt. Ja, gesagt, ja. Das war ja die Grundidee von Illusion Gaming eigentlich, damals noch Z-Cast Gaming. Genau, ja. Dazu ist es nie gekommen. Nie. Und irgendwie ist es dann spontan entstanden, als wir bei mir am Grillen waren. Komm, lass mal machen einfach. Okay. Ich hatte da auch nicht so viel Wahl, um ehrlich zu sein. Man hat mich einfach gezwungen. Ach, was. Das tun wir nicht so hier. Doch. Ich bin ganz wehleidig. Ja, ja. Okay. Ja, und weiter? Ähm, ja, und von daher finde ich es gut. Ich finde es klasse. Ich finde das, ja, wir müssen das unbedingt durchziehen. Finde ich auch. Ich will auf jeden Fall noch... Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Da guck dir noch mehr Variationen rein. Ach ja, und, ähm... Was ich sagen wollte? Ja. Wenn du gewinnst, ne? Wenn du jetzt 3-0 gewinnst, demnächst... Ja. ...dann wirst du ein richtig schönes Geschenk von mir bekommen. Was hast du denn für ein Geschenk? Feinstes Klicklaminat. Dankeschön. Das ist kein Problem für mich. Wer hat es wirklich gar nicht gesehen, meine Freunde? Ich nicht. Ich schon. Ich wirklich nicht. Ich hab's nur aus Facebook... Nur aus Facebook hab ich's, wusste ich das. Ich guck doch hier nicht so ne Scheiße, Mann. Hä, die sind voll geil. Geht so. Ich bin halt geiler. Ja, find ich auch. Wir würden das auch besser hinkriegen, wenn ich... Nee, besser nicht, aber wir würden das auch cool machen. Ja, man muss uns nur mal... ...lassen. Ja, stimmt. Man muss erst ja keine... Oh, eine Runde Mitleid für Barrett. Na, vergiss es. Das zieht nur, wenn ich das mache. Was soll? Wo sind die Schäfchen? Schäfchen, 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 Schäfchen? Schäfchen, Schäfchen, Schäfchen? Ich werd dir das alle getötet, ne? Ich hab sie alle getötet, allesamt. Ah, da ist ein Schauf. Schäfchen. Guck mal hier, was der André hat. Guck mal hier, was der André hat. Ja, guck mal. Ja, komm. Komm. Jetzt kommen die scheiß Hügel hier hoch. Geht doch. Na, kommt. Kommt. Ja, fein. Feine Schafe. Ich nenne dich... Au, au. Was war das denn? Dich nenne ich Donnie. Was war das denn? Was? Was war das denn? Gut, dann kommst erst mal nur du mit. Komm. Dann nenne ich dich, Dolly. Als ob. Unbelievable. Na, komm. 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 Dann nenne ich dich? Wie nennst du's? Dolly. Ja, was ist mit dem Anderen passiert? Ich weiß nicht. Ist umgefallen. Ist ja komisch. Grippe oder so, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich hat's die Grippe. Ich kann's mir nicht anders erklären. Schafsgrippe. Soll's auch bald geben. Ja. Nach Hühnerschweinern gibt's jetzt bald die Schafsgrippe. Also alle können, alle können Schafsmilch mehr trinken, sonst kriegt er alle Grippe. Oh, nicht, dass das noch wer glaubt hier. Ist ja auch die pure Wahrheit, ne? Ja. Ne? Natürlich. Klar. Schiffchen, komm her. Abkommen. Wer hat mich angriffen? Hä? Hä? So, da kommt wie gesagt noch Fenster rein. Stirb, Kartoffel. Stirb, Kartoffel. So. Ne, ich muss ja wieder auf den anderen Seite. Oh, das ist nervig, ey. Oh, ich meinte, diese Nerven. Zum Glück hab ich keine. Krass.